Wusstest du, dass in Österreich die Verpackungsverordnung zu beachten ist? Unser Unternehmer Alex hat sich schlau gemacht und legt los. Alex bringt Waren in Verpackungen in Verkehr. Zum einen importiert er Waren in Verpackungen, zum anderen packt er in seinem Betrieb auch Waren in Verpackungsmaterial ein und versendet diese. Um seine Verpflichtungen nach der Verpackungsverordnung zu erfüllen, muss er daher an einem Sammel- und Verwertungssystem teilnehmen. Um das Verpackungsmaterial zu entpflichten. Das bedeutet, dass Alex einen Vertrag mit einem solchen Sammel- und Verwertungssystem schließt, einen Preis pro Kilogramm in Verkehr gebrachten Verpackungsmaterial zahlt und somit für die Verwertung dessen gesorgt ist. Da Alex im Kalenderjahr nicht mehr als 1500 Kilogramm Verpackungsmaterial in Verkehr setzt, kann er eine einfache Entpflichtung in Form einer Pauschallösung in Anspruch nehmen. Damit hat Alex weniger Meldeverpflichtungen an das Sammel- und Verwertungssystem. Kunden aus Deutschland und anderen europäischen Ländern interessieren sich für die Ware von Alex. Wenn er nun seine Pakete dorthin verschickt, muss er beachten, dass für die Verpackungen die jeweiligen nationalen Regeln gelten, wie mit dem in Verkehr gebrachten Verpackungsmaterial umgegangen werden muss. Wenn du mehr wissen willst, mach es wie Alex. Informiere dich jetzt und scanne den QR-Code und klicke auf den Link. InfoSnack ist ein Service des Gremiums Versand, Internet und allgemeiner Handel der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Geist nicht. Jetzt packn호 dich! Informieren dich. Okay. Wie morgen ist das, ist das für die Äußerste. Vielen Dank.